Die Grünen waren ja in Vorarlberg eigentlich immer relativ stark, also das Thema Nachhaltigkeit scheint den Vorarlbergern wichtig zu sein. Was sind denn die FPÖ-Ansätze, weil die FPÖ ist ja nicht unbedingt als Partei bekannt, die ja deine Nachhaltigkeit immer besonders am Herzen liegt. Was haben Sie denn da für Lösungsansätze? Ja, wir Freiheitliche haben uns schon für Umweltschutz eingesetzt, da hat es die Grünen überhaupt noch nicht gegeben. Wir stehen für eine Politik des Hausverstandes, dass der Hausverstand auch wieder zurück in die Politik in Vorarlberg kommt. Da hat es auch eine Radikalisierung natürlich unter Schwarz-Grün gegeben. Wir wissen aktuell, die Belastungen im Bundesland sind so hoch wie noch nie. Anstatt zu entlasten, hat ja Schwarz-Grün in den letzten Jahren die CO2-Steuer eingeführt, also noch mehr Belastungen eingeführt und letztendlich auch dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen im Land nicht mehr wissen, wie sie den Monat finanzieren sollen. Wir sind ja eine Partei, die den Hausverstand auch in der Klimapolitik wieder zurückbringen will. Vorarlberg hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel Geld in Wasserkraft investiert, in den Ausbau Photovoltaik investiert. Aber mein Ziel ist es, dass sich das Ganze für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch lohnt, auch rentiert. Wir wollen damit Anreizen schaffen und weniger mit Verboten schaffen, wie das die Grünen letztendlich auch bei uns in Vorarlberg leider etabliert haben.